Hallo zusammen, hier ist Silvia und heute werden wir mit Structure Powder arbeiten. Wir fangen gleich an. Ich werde Warm Cream nehmen und das ist unsere Structure Powder. Der Structure Powder sieht so aus, es weiß. Ich habe etwas von meiner Warm Cream hier genommen und ich werde etwas von meiner Structure Powder hier nehmen. Ich mische die Farbe mit dem Structure Powder in einem gleichmäßigen Maße. So ungefähr. So sollte es ungefähr aussehen. Man kann es ein bisschen flüssiger machen oder noch dicker machen. Der Structure Powder, oder eigentlich die Mischung, kann ich entweder auftragen mit einem Pinsel oder einem Spachtel. Ich habe diese kleine Holzschachtel, das war von meiner Tochter. Ihr seht hier den Namen. Miranda hat sie geschrieben, als sie klein war. Sie braucht die Schachtel nicht mehr. Und dann trage ich die Structure Powder Mischung mit der Farbe. So. Das wird meine Basis sein. Ich lasse es trocknen. Weil die Structure Powder relativ dick aufgetragen ist, braucht relativ lang, um trocken zu werden. Dafür habe ich aber einen anderen Schachtel schon vorbereitet. Das wäre dieses da. Ich habe die Structure Powder schon aufgetragen. Es ist sehr trocken. Und jetzt werde ich mit verschiedenen Farben arbeiten. So natürlich immer mal. So, dass ich einen. Ich nehme ein bisschen Farbe von meiner Taste genug, trage es auf, mache ich den Warm Cream Und auf meine Dastaturkrise Wenn es trocken ist, nehme ich einen Spachtel. Und fange ich an die Farbe zu entfernen. So sieht meine Schachtel aus, alt und verbraucht. So arbeiten mit Structure Powder ist super easy. Ich hoffe das Projekt ist, habt ihr das toll gefunden. Und ich freue mich auf eure Kommentare und Fragen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.